Wir fangen jetzt an mit der ersten Hälfte vom Leichtgewichtsturnier um den Gürtel. Drei Runden. Ah, eine Minute. Seid ihr bereit für die nächsten Kämpfer in der blauen Ecke? Einmal hat er bis jetzt verloren, keinmal hat er gewonnen. Das kann sich vielleicht heute ändern. Er kommt aus Berlin, ist 1,73 Meter groß, 20 Jahre und wiegt 67 Kilo. Macht mal Lärm für Atreo! Das kann sich nicht mehr an den99 Euro tun. Nein, das kann sich nicht mehr an den Bightowern schön zuальной Exemplars können. Ich bin ordentlicher organisation, keine Bünder Hier». In der roten Ecke hat ein Win durch ein KO, ein Lose. Er kommt aus Moabit, ist 1,75 Meter groß, ist 23 Jahre, wiegt 65 Kilo. Macht mal her für Lucas! Untertitelung des ZDF, 2020 Er legt hinterher, aber er darf jetzt nicht seine Energie verschwenden. Grüß Lucas, schön, schön, genau so! Lange Japs, gut drunter durchgeduckt, auch ein guter Konter. Darf er sich nicht fangen lassen, sonst läuft er ein Konter rein. Oh! Eine starke, starke Linke von Atrefi. Aber Lucas ist noch am Leben, er ist noch dabei. Dass seine rechte Hand so weit unten ist. Am Ende sehr schöne Linke von Lucas, sehr ausgeglichen. Aber auch gut abgeblockt, eine sehr starke Defense. Guter Körpertreffer von Lucas. Ah, guter Uppercut. Er kriegt harte, oh, schöne Linke. Oh, ein guter Körpertreffer. Oh, oh, zwei, drei. Nein, 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 nein. Nein, 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 viel zu früh. Ich höre mich doch noch wieder am Spaß. Der Gewinner der ersten Runde und damit geht diese Person zum Finale ist Atreo! Oh, 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 oh Vielen Dank.